Radio Bielefeld läuft. Am Mittwoch mit Sebastian Wiese. Ihr hört wieder unsere Arminia-Stunde. Es war die Nachricht des Wochenendes und auch heute klingt es noch richtig gut. Arminia Bielefeld ist deutscher Meister. Ja, die U17 hat am vergangenen Sonntag in der Schüko-Arena den Nachwuchs vom VfL Wolfsburg von mehr als 8300 Zuschauern mit 2 zu 1 besiegt. Ein historischer Erfolg. Ich habe mich heute Vormittag mit Stürmer Henrik Koch getroffen. Der 16-Jährige gehörte neben Nick Czerny zu den Torschützen im Finale. Erstmal vorweg, herzlichen Glückwunsch zum Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Eine Wahnsinnsleistung, ein großartiger Titel. Hast du das Ganze schon verarbeitet? Jetzt so drei Tage danach konntest du auch mal drüber schlafen. Ist das alles schon real oder fühlt sich immer noch wie ein Traum an? Es fühlt sich auf jeden Fall immer noch wie ein Traum an. Ich glaube, man kann das nicht mal in ein paar Wochen richtig realisieren, was wir da geschafft haben. Aber auf jeden Fall zählt man davon sein ganzes Leben noch. Hast du denn oder habt ihr denn auch ordentlich gefeiert? Jetzt so unter uns kannst du es ja verraten. Was habt ihr gemacht nach dem Titelgewinnen? Ja, wir haben auf jeden Fall ein bisschen gefeiert in der Kabine. Wir waren dann abends noch essen, aber so richtig freuen. Also natürlich hat man sich richtig gefreut, aber so richtig konnte man es noch gar nicht realisieren. Und dann haben wir es noch ein bisschen ruhiger angehen lassen. Okay. Bevor wir über das Finale sprechen, würde ich gerne nochmal einen Sprung zurück machen ins Halbfinale. Da habt ihr gegen den vorherigen Titelgewinner Schalke 04 gespielt. Das Hinspiel in der Schuko-Arena habt ihr mit 0 zu 1 verloren. Und was ist dann im Rückspiel passiert? Diese Wahnsinnsleistung, dieser 3 zu 1 Auswärtserfolg. Mit welcher Einstellung seid ihr da ins Spiel gegangen? Alles oder nichts? Oder gib uns da nochmal so einen kleinen Eindruck? Also ich glaube, da hat auf jeden Fall die Wut im Bauch vom verlorenen Hinspiel auf jeden Fall noch eine große Rolle gespielt, dass wir da nicht gewonnen haben von unseren Superzuschauern, die uns unterstützt haben. Und da wollten wir das dem Rückspiel nochmal zurückzahlen mit einem Sieg. Und das haben wir dann auch auf jeden Fall geschafft noch. Ja, das war wirklich eine großartige Leistung. Und dann ging es ins Finale gegen den VfL Wolfsburg in der Schuko-Arena. Wie viel Aufregung war da dann dabei? So das Finale um die deutsche Meisterschaft. Vor so einer Kulisse überwiegt da dann einfach die Freude bzw. Vorfreude auf so ein tolles Spiel. Ich würde schon sagen, dass es eher die Freude ist als die Anspannung. Und dann nach dem Anpfiff ist eh alles raus und man konzentriert sich nur noch auf den Fußball. Ja, wie war es dann für dich, als du da auf dem Platz standst und sogar das 2 zu 0 gemacht hast? Wie gesagt, von mehr als 8300 Zuschauern. Nimm uns dann nochmal mit. Was geht einem da durch den Kopf bzw. geht dir da überhaupt was durch den Kopf? Also man freut sich auf jeden Fall unglaublich, aber so richtig realisieren kann man das da in dem Moment noch nicht. Nur auf jeden Fall war es eine Erleichterung, dann da das 2 zu 0 gemacht haben und so das Spiel auf jeden Fall in eine gute Richtung zu lenken. Waren wahrscheinlich auch viele dabei. Freunde, Familie. Musstest du wahrscheinlich vorher einige Karten besorgen, oder? Ja, sehr viele. Sehr viele Karten musste ich besorgen. Und dann nach Abpfiff, was, also denkst du dann auch noch irgendwie so, boah, ich träume hier gerade noch? Oder was war so, ich glaube, du hast dann so in der ersten Euphorie bei Arminia Club TV, hatten wir dich auch gehört, wo du gesagt hast, ja, wir haben uns heute auch den A-Punkt-Punkt-Punkt aufgerissen und alles reingehauen und hast dich richtig gefreut. Was sind das so für Emotionen? Also sag das mal einem, der noch nie irgendwie eine deutsche Meisterschaft gewonnen hat. Und das ist einfach pure Emotion, pure Freude, purer Stolz auch auf das, was man geschafft hat. Aber richtig realisiert hat man es da noch nicht, aber man freut sich einfach unglaublich. Jetzt war ausgerechnet, glaube ich, am Montag waren die Osterferien zu Ende, ging die Schule wieder los. Wie war das jetzt so bei den Mitschülern? Haben die auch schon alle gratuliert? Hat der Mathelehrer auch gesagt, brauchst du heute keine Prüfung mitschreiben? Lass mal, lass mal. Mir wurde auf jeden Fall von allen gratuliert und es war ein super Gefühl, da wieder in die Schule zu kommen. Und viele aus meiner Schule waren auch da und haben uns und die Mannschaft unterstützt. Das hat mich auch sehr gefreut. Apropos Schule, ich glaube, alle von euch gehen ja wahrscheinlich noch zur Schule. Und ich stelle es mir sehr stressig vor. Du hast jeden Tag Schule, da hast du ja auch deine Verpflichtungen. Dann hast du natürlich Fußballtraining, am Wochenende die Spiele. Bleibt da überhaupt noch viel Freizeit oder ist das wirklich alles nur Schule, Fußball, Schule, Fußball und dann wieder von vorne? Nee, also es ist immer so ein bisschen hochgeschaukelt. Also alle denken, man hat gar keine Freizeit, wenn man Leistungssport treibt oder so. Aber das stimmt gar nicht. Man hat auf jeden Fall noch genug Freizeit. Auch in der Kooperation mit Arminia und dem Helmholtz wird man da super unterstützt von beiden Seiten. Und ich kann jedem Sportler nur empfehlen, hier in Bielefeld das Helmholtz zu besuchen. Da wird man super unterstützt. Und was machst du so in deiner Freizeit, wenn du vielleicht auch mal vom Fußball abschalten möchtest? Ja, abschalten, mit Freunden treffen, mal in die Stadt gehen, was essen oder so. Sowas dann. Und wie geht es jetzt für dich weiter? Ich muss mal ganz doof fragen. Also quasi U17. Du könntest ja jetzt wahrscheinlich noch eine Saison spielen oder wechselst du jetzt direkt in die nächste, also in die nächsthöhere Altersklasse, sprich U19? Also ich bin jetzt aus dem Alter der U17 raus und jetzt kommt man dann nächstes Jahr in die U19. Das heißt also da dann für dich der nächste Schritt. Du könntest ja theoretisch auch bei den Profis mitmachen, oder? Ja, da kann ich jetzt noch nichts zu sagen, aber es ist natürlich ein Traum. Aber du hast ja sogar schon bei den Profis mittrainiert, beziehungsweise du warst mit Lukas, glaube ich, Lukas Kiewit im Trainingslager Anfang des Jahres. Das war wahrscheinlich auch eine Wahnsinnserfahrung, oder? Ja, das war auf jeden Fall eine super Erfahrung, die mir da der Verein ermöglicht hat und daraus konnte man auch viel mitnehmen. Und dann hat man auch ein paar Erfahrungen, die einem das im Halbfinale und im Finale ein bisschen mit dem Druck und so, den man hat, das da ein bisschen vereinfacht haben. Habt ihr doch einen Rat bekommen vorher von den Profis? Also wir haben ja auch mitbekommen, dass viele zum Beispiel, der Trainer Uwe Kuschinat, der Trainer von den Profis, der hat ja auch vorher euch immer wirklich gelobt, die waren ja beim Hinspiel, Halbfinale Hinspiel sogar noch im Stadion, obwohl sie nach Kiel gefahren sind an dem Tag. Das macht einen doch wahrscheinlich auch super stolz. Und da haben die euch vielleicht auch mal einen Tipp gegeben dann? Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch ein paar Profis geschrieben und mir Glück gewünscht und das hat einen auf jeden Fall auch nochmal extra motiviert. Ja, sehr cool. Und so im Trainingslager, gab es da auch mal so eine besondere Erfahrung oder irgendwas, was dich vielleicht so nachhaltig besonders beeindruckt hat mit den Profis oder eine besondere Begegnung? Ich meine, wenn man so mit, was weiß ich, Fabian Kloß, jetzt nun der Rekordspieler schlechthin im Training und auch danach verbringt man ja wahrscheinlich Zeit zusammen im Trainingslager. Gab es da mal so einen besonderen Moment? Ich glaube generell mit den Profis auf dem Platz zu stehen. Ich spiele seit der U10 bei Arminia, bin dann auch immer fast am Wochenende im Stadion. Und dann mal mit denen auf einem Platz stehen zu dürfen, ist auf jeden Fall eine Ehre. Und hat mir sehr viel Spaß gemacht und daraus konnte ich sehr viel mitnehmen. Jetzt hast du schon gesagt, das Ganze muss wahrscheinlich erstmal noch ein paar Wochen, vielleicht über Monate sacken, damit man erstmal verstanden hat, was man da geschafft hat. Aber trotzdem einmal noch, es ist ja wirklich was Historisches, weil das hat ja noch keine andere Arminia-Mannschaft geschafft, diese Meisterschale zu bekommen und dann am Ende hochzuhalten. Kannst du das schon irgendwie einordnen, dass du weißt, auch in deinen jungen Jahren, ich habe da was wirklich Historisches für den Verein geschafft, was noch keiner zuvor geschafft hat? Also das ist Wahnsinn eigentlich, ne? Ja, ich glaube, dass das auf jeden Fall nochmal eine extra Motivation war, Arminia den ersten Titel zu besorgen in der Jugend. Das war auch auf jeden Fall nochmal eine extra Motivation. Auf jeden Fall. Von uns aus nochmal, von mir aus ganz speziell herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Erfolg. Also lass es gerne noch ein bisschen sacken, genieß es vor allem auch noch ein bisschen und vor allem mach weiter so. Dann kommen vielleicht noch ein paar mehr Titel, vielleicht auch dann mit den Profis von Arminia dazu. Dankeschön, vielen Dank. Auch dir nochmal herzlichen Glückwunsch zum Titelgewinnen. Die U17 ist deutscher Meister, sportlich gesehen der größte Tag für dich bisher so in der Karriere? Ja, also auf jeden Fall in meiner Funktion als Leiter vom Nachwuchsleistungszentrum des DSC Arminia Bielefeld war es ein absolut herausragendes Ereignis am letzten Sonntag und mit einem ganz, ganz tollen Erfolg, den es so einfach auch noch nicht gab bei Arminia Bielefeld. Wenn du nochmal an den Tag zurückdenkst, das Ganze nochmal so Revue passieren lässt, das Finale in der Schüko-Arena, was waren so deine Gedanken, deine Emotionen, die du durchlebt hast? Lass uns da nochmal so ein bisschen daran teilhaben, also wirklich vom Beginn bis hin dann am Ende zum 2-1-Sieg. Ja, man muss eigentlich so ein paar Tage vorher noch schauen, weil wir hatten ja relativ kurze Zeit ja nur nach Ostermontag, wo die Jungs auf Schalke dann gewonnen haben, wo feststand, dass wir ins Finale gekommen sind. Und wir hatten relativ kurze Zeit, dieses ganze Spiel mit dem DFB zusammen zu organisieren. Dann großen Dank auch meine Kollegen auf der Geschäftsstelle, die alle ganz stark unterstützt haben und von daher war die Anspannung in den Tagen vorher schon da. Und bis zum Anpfiff war eigentlich mehr so, klappt alles mit Orga, kriegen wir alle Zuschauer pünktlich rein, weil ja schon ein großer Andrang auch war. Und ja, mich hat es eigentlich nur gefreut, dass wir diesen Rahmen dann auch so bieten konnten. Und mit Anpfiff, dann war die Anspannung noch größer und ehrlich gesagt war, glaube ich, die Nervosität bei mir auf der Tribüne dann höher als bei den Jungs unten teilweise, die dann eingelaufen sind oder auf dem Platz standen. Und dann, als es so, ja, das 2-0 gefallen ist kurz vor Schuss, es gab zwar nochmal eine gelb-rote Karte, ich glaube, gelb-rot war es, glaube ich. Aber trotzdem war dann so irgendwie, jetzt sind wir auf der Zielgeraden, jetzt haben wir es gleich geschafft. Wann ist die ganze Anspannung so abgefallen? Wann konntest du auch richtig dich freuen? Im Prinzip mit Abpfiff auch erst. Klar, die Tore waren überragend. Das zweite Tor musste ich mir erstmal nochmal kurz auf den Monitoren oben anschauen. Das habe ich gar nicht erst richtig realisiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber mit Abpfiff ist dann natürlich auch die Anspannung abgefallen und da hat man sich natürlich gefreut. Und dann bin ich runter auf das Spielfeld auch zu den Jungs und zur Mannschaft. Und ein Wahnsinnsrahmen, muss man ja sagen. Wir hatten ja schon quasi einen, ja, war es schon ein Rekord im Halbfinal-Hinspiel mit den 3600, waren auf jeden Fall mehr als im Finale im Vorjahr. Also das haben wir schon mal überboten. Und jetzt mit mehr als 8000, 300 Zuschauern. Also hättest du damit selber gerechnet, dass so viele Menschen kommen? Ja, mich haben ganz viele Leute vorher gefragt, ja, mit was rechnet ihr? Und wenn man so ein bisschen zurückschaut, wir hatten im November den Akademienjahrspieltag, wo die U17 ja gegen Köln schon gewinnen konnte. Da hatten wir knapp über 1000 Zuschauer. Dann das Halbfinale mit über 3000. Und jetzt haben wir so, naja, irgendwas zwischen 4000 und 8000 vielleicht. Wäre super. Und man muss ja auch bedenken, dass die Profis ja auch noch an dem Tag auswärts gespielt haben. Wenn das vielleicht nicht gewesen wäre, hätten wir vielleicht noch ein paar Zuschauer mehr. Wir hätten vielleicht sogar einen fünfstelligen Zuschauer seiner Zyko Arena begrüßen dürfen. Vielleicht klappt das dann in der nächsten Saison, beim nächsten Finale. Wir sprechen in unserer Arminia-Stunde heute auch über das Thema Mindset. Also so die Denkweise und innere Haltung von Menschen, sowas ist ja auch im Sport nicht ganz unwichtig. Welches Mindset sozusagen, welche Einstellung habt ihr den Jungs jetzt vor dem Finale mitgegeben? Das ist ja wahrscheinlich auch ein schmaler Grad zwischen Emotionen, Aufregung und Anspannung. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig war, was das Trainerteam auch immer versucht zu vermitteln hat, war, bleibt bei euch. Also fokussiert euch auf eure Aufgaben, lasst euch nicht zu sehr beeindrucken oder beeinflussen von externen Einflüssen, ob es jetzt eine schiedsrichtige Entscheidung war, ob es jetzt was der Gegner macht, ob es irgendwie Zuschauer waren, die einen entweder nach vorne gepeischt haben oder vielleicht auch mal auswärts dann vielleicht auch eine andere Kulisse dann da war. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass die Jungs einfach fokussiert waren auf ihre Aufgabe und denen auch immer wieder versucht haben mitzugeben. Bleibt bei euch, lasst euch nicht so sehr ablenken und versucht eure Aufgaben bestmöglich zu erfüllen als gesamte Mannschaft. Ich glaube, das war ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Hat auf jeden Fall gut geklappt. Die Aufgaben wurden perfekt erfüllt. Wir haben ja auch schon heute mit Henry Koch gesprochen, der gesagt hat, er hat jetzt sozusagen die U17 abgeschlossen. Wie geht es jetzt für die Jungs weiter? Sind die jetzt alle, also ich muss einmal ganz platt nachfragen, sind die jetzt alle durch sozusagen mit der U17 und gehen jetzt eine Spielklasse oder eine Altersklasse vielmehr höher in die U19 oder wie ist das jetzt vom Ablauf her? Ja, also die Jungs haben jetzt erstmal ein paar Tage frei und dann geht es in zwei Wochen noch los mit einer Sonderspielrunde, die vom DFB ins Leben gerufen worden ist, weil die Saison, die ist ja sehr früh beendet worden. Und dass die Jungs jetzt nicht bis zum Sommerferien keinen Spielbetrieb mehr haben. Also haben wir noch drei, vielleicht sogar vier Spiele, Pflichtspiele, die wir auch machen müssen. Da wissen wir noch nicht gegen wen. Und dann ist natürlich so der Übergang für die meisten Jungs, die jetzt im U17-Alter auch sind, die dann in die A-Jugend kommen, wo dann vor den Sommerferien oder in den Sommerferien quasi der Wechsel geht in die ältere Jahrgangsstufe. Die U17 ist nächste Saison Titelverteidiger. Klingt super, ne? Wäre es vermessen jetzt zu erwarten, dass sie dann auch den Titel verteidigen? Weil es ist ja jetzt wieder ein ganz anderer Jahrgang, der dann da hochkommt. Oder wie ist sozusagen die Zielvorgabe? Macht es ähnlich gut wie diese Saison? Ja, das wäre schön. Ich glaube, man muss einfach realistisch rangehen, muss auch wirklich gut einschätzen können, dass das was absolut Außergewöhnliches war. Und man kann nicht davon ausgehen, dass wir als Amina Bielefeld in den nächsten Jahren nochmal in irgendeiner Form sowas unbedingt erreichen können. Das wäre schön, aber damit darf man sicherlich nicht rechnen, weil die Konkurrenz einfach auch sehr, sehr groß ist. Und ja, wir gehen auch nächstes Jahr genauso wieder rein, wie wir in diese Saison reingestartet sind. Wir schauen uns an, was für ein Potenzial steckt in den Jungs. Wie sind so die ersten Wochen im Training? Was können wir mit den Jungs vielleicht erreichen? Und dann werden wir uns wieder eine Zielvorgabe quasi geben, intern. Und dann schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Abschließend auch an dich nochmal die Frage. Ich habe es ja eben auch schon bei Hendrik angesprochen. Es ist was Historisches. Und wie du es gerade schon gesagt hast, das muss man ja auch mal vor Augen halten, was wir da oder was ihr da für den Verein geschafft habt. Hast du es schon so richtig einordnen können oder musst du es auch alles noch ein bisschen sacken lassen? Ja, also man merkt natürlich schon jetzt auch in den ersten Tagen danach, dass natürlich auch sowohl das mediale Interesse als auch mal Anrufe etc. gekommen sind, dass man natürlich schon eine hohe Aufmerksamkeit jetzt durch diesen Spieltag auch auf Amina Bielefeld gezogen hat, was natürlich auch sehr schön ist. Und so langsam merkt man auch, Mensch, man hat irgendwie so eine Medaille dann auch bekommen. Oder bei uns im Museum wird dann demnächst irgendwie eine Schale stehen von der U17 Deutschen Meisterschaft. Das ist herausragend und da sind wir sehr, sehr stolz auf alle. Auf jeden Fall würde ich sagen, genießt das auch jetzt erstmal, lasst das alles noch ein bisschen sacken und umso schöner, dass trotz der vielen Anrufe und Anfragen ihr euch die Zeit genommen habt, heute noch hier bei uns vorbeizuschauen. Fynn Heusing, vielen Dank. Sehr gerne. Weiter alles Gute und ja, macht weiter so, damit wir noch ein paar Titel dann in den nächsten Jahren sammeln können. Wir geben uns Mühe. Dankeschön.